Bei mir ist jetzt Gernmann, ich gratuliere Ihnen zur Wiederwahl. Sie haben ein sehr gutes Resultat, man darf es erwarten. Trotzdem, wie gross ist die Erleichterung bei Ihnen? Danke vielmals. Die Erleichterung ist natürlich gross. Es war doch ein harten und intensiver Wahlkampf. Jetzt ein Wahlergebnis, muss ich sagen, das ist eigentlich überwältigend. In allen Gemeinden zu vordersten und in allen absolut mehr übertroffen. Das ist doch etwas Einmaliges, inklusive der Stadtschaffhausen, ein Vertrauensbeweis, so, wenn ich ihn bis jetzt noch nie überkomme, auch wenn die Stilbeteiligung überraschenderweise ein bisschen tiefer gelegen ist. Aber ich bin natürlich allen dankbar, dass sie an die Turnen gegangen sind und dass sie mir ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Das stärkt mich sicher in meiner Arbeit für den Stadtschaffhausen in den nächsten vier Jahren in Bern ganz erheblich.